Urdhva Upavishta Kurmasana ist die aufgerichtete sitzende Schildkröte. Raffaela von Yoga Vidya Bad Meinberg zeigt, wie es geht. Ausgangsposition, Sitzhaltung, von hier gibst du einen Fuß hinter den Kopf und den anderen Fuß hinter den Fuß. Du verschränkst die Fußrücken und gibst dann die Hände auf den Boden. Und du hältst dabei das Gesäß auf dem Boden, dann ist es Urdhva Upavishta Kurmasana. Wenn du jetzt auch noch das Becken heben würdest, dann wäre es Utita Kurmasana, die stehende Schildkröte. Urdhva Upavishta Kurmasana kannst du einige Atemzüge lang halten und so spüren, wie die Energie von Bauch zu Brust, Kehle und Stirn fließt und durch die Wirbelsäule nach oben kommt.